ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Darf ich mich fragen, warum seid ihr hierher gekommen? Ich bin hierher gekommen wegen den Kühen. Wegen welchen Kühen? Wegen Ehringer. Mich interessieren auch Rassen eigentlich. Wie meintest du schon als Swiss Expo gewesen? Neunmal? Es ist mein erstes Mal. Wie ist es für dich hier zu sein? Sehr schön. Es ist wahnsinnig gross. Es ist sehr interessant, dich jetzt zu sehen. Wie seid ihr angereist? Mit dem Zug. Mit dem Auto. Das ist gut gegangen? Tipto. Was gefällt dir hier besser in der Swiss Expo? Wetter in Lausanne? Die Grösse ist sicher. So eine Halle habe ich noch gar nicht gesehen in meinem Leben. Es ist wirklich eindrücklich, wenn du hier reinläufst. Was mir gefällt, ist einfach hier die Möglichkeiten, den Platz, bei dem alles aufgestellt ist und all die Kontakte, die offen werden dürfen. Sensationell. Die Anreise ist ein bisschen weiter. Aber das nehmen wir gerne auf, wenn wir dann eine solche Halle und die ganze Infrastruktur geniessen können. Also das ist sensationell. Und vor allem auch die Züchter. Ich glaube, die, die diesen Schritt gewagt und gemacht haben, sind extrem zufrieden. Und dann übernachtet ihr gleich hier? Ja, wir haben gelegen, dass wir bei einem Bauern, die Kollegen, die wir gut kennen, wir kennen eigentlich auch ein bisschen, übernachten dürfen. Das ist nur fünf Minuten mit dem Auto vor. Das ist super hier. Danke vielmals, dann geniessen Sie es. Merci. Gleichfalls. Ade zäme.